Hier einmal ein kleiner Einblick, wie unser Tag beginnt. Die Hühnerbande weiß genau, was im Eimer ist. Die Hühnerbande weiß, was im Eimer ist. Die Hühner sind einfach tolle Tiere. Jedes Tier hat seinen eigenen Charakter. Wir kennen sie alle. Die Hühnerbande weiß, was im Eimer ist. Die Hühnerbande weiß, was im Eimer ist. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch gefallen. Wir sehen uns demnächst wieder auf unserem Hof.